Schon seit 2008 ist Hans Siegel in der Serie Der Bergdoktor als Martin Gruber zu sehen. Inzwischen können sich die Fans wohl keinen anderen Schauspieler als Bergdoktor vorstellen. Allerdings gibt Hans Siegel im Gespräch mit Spiegel zu, dass er schon Überlegungen hat, wer ihn einmal in der Serie beerben könnte. Es muss ein Kollege oder eine Kollegin mit gutem Durchhaltevermögen sein. Denn 90 Minuten pro Folge, 8 im Jahr, das ist ein Marathon. Und es braucht sehr viel Kraft und sehr viel Liebe und sehr viel Hingabe zu der ganzen Sache. Heißt das, Martin Gruber wird sein Stethoskop bald an den Nagel hängen? Nicht unbedingt. Zunächst einmal wird Hans Siegel die 16. und 17. Staffel der Erfolgsserie drehen. Was danach kommt, weiß er noch nicht. Für immer möchte er den Job jedoch nicht machen. Er meint, es würde irgendwann einen Punkt geben, wo ich sage, Liebes Publikum, ich glaube, es ist gut jetzt. Es gibt noch viel anderes zu entdecken. Jetzt steht aber erst einmal die 15. Staffel der ZDF-Serie in den Startlöchern, die im Januar anlaufen wird.